Hallo Leute, herzlich willkommen auf GALEN STANDARD GAMING und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde EUROTRAXONATOR 2. Und es ist ein besonderes EUROTRAXONATOR 2, denn ihr wisst ja vielleicht, dass es schon ewig kein Truckers MP mehr gab, also ewig nicht mehr. Und ja, Leute, ich habe alles eingerichtet, es sollte alles funktionieren, wenn nicht, dann bin ich traurig. Aber wir werden hier von Kiel nach Hamburg fahren und wir nehmen natürlich den Auftrag an. Es könnte sein, dass es wieder ein bisschen hier rumlägt, weil es ist natürlich ein Server und der Server ist nicht mehr, also zu gut. Übrigens, wenn ich dieses Video hier schreibe, müsste auch das Spiel heute von Deutschland sein. Also, mal sehen, ob sie gewonnen haben, meine ich. Ja. Ja, ich bin gekickt vom Server. Ah, jetzt wurde ich gekickt vom Server. Ernsthaft jetzt? Hä, wo die ich jetzt... Trucker SMPI. Hä. Egal, wir werden jetzt trotzdem einfach so spielen. Anscheinend sind wir doch nicht drauf, aber... Leute, wir sind drauf. Geil. Ich betitle das jetzt auch so, als wären wir hier drauf, ja. Anscheinend sind wir jetzt die Dispense weg. Hallo, bleib stehen. Bitte, ich muss hier raus. Aua, aua, aua. So. 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 Äh, warum ist jetzt hier... Warum sind die Ampeln alle aus? Äh? Woa, 110 kmh, geil. Das Ding ist, ich kann jetzt auch nicht in den Truckers entwiesen. Server mal rein, weil, dann wird die wieder rausgekickt, wegen dem Logo hier irgendwie. Aber macht nichts. Wir sind trotzdem auf dem Server, sagen wir so, ja. Nächste Folge wird aber auf jeden Fall auf dem Server sein. Ich will nämlich jetzt wieder aktiv auf Trucker SMPI spielen. Ja. Ja. So. 110 kmh, geil. Wir haben auch nur noch 80 QM, die wir fahren müssen. Wir haben schon mal... Wir haben auch nur noch einen Weg. Wir haben auch nur noch einen Weg. So. Okay, ist okay. Ich muss es mal hinfahren, ich habe es schon wieder voll vergessen. Egal. Aber es ist jetzt tatsächlich ein bisschen blöd, dass wir hier nicht auf Torkas Empin spielen, ne? Ganz ehrlich, ich muss ein Korke... Ich guck vielleicht gleich mal, ob das gleich geht. Geh gleich einfach noch mal rein, würde ich sagen. So... 28 Kilometer noch, dann sind wir auch schon da. Das ging schnell, Alter. 24 Kilometer, das passt. Das ist dann, dass man auch hier 110 fahren kann. Und auf dem normalen Motorrad 2 geht das nicht. Wo ich mir denke, warum geht das nicht, hä? Ich bin natürlich übrigens wieder mit dem Lenkrad umgebracht. So... 14 Kilometer noch. Sollte alles passen hier. So... Jetzt sind wir hier auf irgendeiner Bahn. Entschuldigung. Die vier Spuren hat. Ah, wir müssen hier gleich runter. Wir sind ja auch gleich schon wieder da, ey. Das geht doch so schnell hier alles. Ich werde, glaube ich, gleich noch einen Job anfangen. Und den euch in... Aber den in der Nilsen-Folge dann erst, ähm... Fahren. Ist ja, was ich meine. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, oder? Hä? Ich hoffe mal, dass es jetzt ist... Jetzt hier schon runter, oder was? Jo. Am, Alter. Jetzt schön mit 100 kmh in die Kurve rein. So gehört sich das als LKW-Fahrer. Ja, und ein bisschen Schaden. Das funktioniert alles hier. LKW fährt noch. Hast du doch soweit. So. So. Okay, wir sind gleich auch schon da, ne. 8 kmh wieder noch. Das... Ist doch gut. Bitte nicht hier in die Laternen, danke. So. Wir fahren hier gerade mit 100... Also wir fahren 50 kmh zu schnell. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oh nein. Mein Lenkrad hat sich gelöst. Mist. Hilfe. Mein Lenkrad löst sich. Ich schraube es kurz fest während der Fahrt. Darf ich doch, oder? So. Ist wieder fest. Alles im grünen Bereich. Eher im roten Bereich, weil ich zu schnell fahre. Wo fahre ich überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. Okay, so jetzt... Jetzt bin ich wieder richtig, oder? Ja. Hoffen wir es mal. Dann fahren wir hier kurz auf die rechte Spur. Da, wo wir hingehören. So. RKWs über... Überholen verbauten. Schade, schade. Oh. Liegt hier auf der linken Spur ab. Mann. Ah. Jetzt habe ich gerade auf mein Handy geguckt. Sollen wir mein Handy jetzt hier abschicken, ja? Ich kann jetzt hier nicht immer... ... auf der Straße gucken, Alter. Leute, nehmt durch kein Beispiel. Fahrt immer vorsichtig. Individue live. Das ist nur ein Videospiel, ja? Ich darf das. In echt würde ich es lassen. Jetzt sind wir eurer Führer scheinen schnell weg. Wow. Oh. Leute, das Brummen... Das ist tatsächlich von meinem Lenkrad. Weil der hat dieses... Two-Force-Feedback... Also habe ich an. Und... Da hört man das manchmal. So wie jetzt. So wie wenn ich in der Kurve fahre. Guck mal, geiler Drift, ne? Hätte ich auch gerne von außen gesehen. Warum dürfen wir damit nur 80 fahren? Ach. Wir fahren hier 5... Wir fahren schon über 110, Alter. Gut. In der Kurve sollte ich jetzt nicht mit 80 reingefahren. Was? Hat ein Fehler von mir. Bin grad mit 80 hier reingefahren. Mega. Bum, bum, bum. Grems. Boah. Moin, moin. Das ist mal hupen hier. Gut, dass ich noch nicht mal den Rückwärtsgang benutzen musste. Das freut mich schon mal. Ewig auch Eurotoxone hat er 2 nicht mehr gespielt. Es ist auch schon wieder eine Woche her. So, wir sind da. Zack. Enter. Enter. Überspringen. Bestätigen. So. Wir haben es geschafft, Leute. Fortfahren. Leute. Ich werde jetzt mal kurz gucken. Kann ich das jetzt hier auch einfach direkt wieder auswählen dort? Oder muss ich jetzt wieder neu rein? Hier. Ich mach mal kurz 3 Kilometer. Ne, es ist tatsächlich so, dass... Ja, ich muss neu rein. Okay. Ich würde sagen, das machen wir einfach in der nächsten Folge, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut aus dem auch meinen Discord da vorbei, der ist unten in der Videoshop verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Hau rein und war erst etwas. Tschau. 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 kung Zuschauer echt verschen wir uns nie Orientalist agreement. Vielen Dank.